Peter Seisenbacher befindet sich derzeit in Kiew in Haft, aber so wie es ausschaut, nicht mehr allzu lange. Wie ist denn der Status quo, Michi? Er sitzt seit Dienstag in Polizeigewahrsam. Innerhalb von 48 Stunden muss in der Ukraine entschieden werden, ob er in Auslieferungshaft genommen wird, ja oder nein. Und das passiert im Laufe des heutigen Tages. Wann ist er mit einer Entscheidung zu rechnen? Ist es schon abzusehen? Sie wird heute kommen, definitiv. Im Laufe des Tages auf jeden Fall. 225 Tage war er auf der Flucht. Die Verhaftung war ja auch ein relativ spannender Zielmal. Das ist richtig. Man hat ihn in allen möglichen Ländern der Welt vermutet. Tatsächlich hat er sich also vier Tage vor seinem Prozesstermin in Wien abgesetzt, über Georgien nach Kiew, wo er über eine Bekannte eine Wohnung eigens angemietet hatte, die er dann in den kommenden 225 Tagen kaum verlassen hat. Und heute stellt sich dann eben heraus, ob er wieder österreichischen Boden unter den Füßen hat oder nicht. Wann wird das sein, wenn es ein Go gibt, sozusagen? Es kommt darauf an, wenn Seisenbacher nicht widerspricht, also keine Rechtsmittel einlegt, dürfte es innerhalb der nächsten 40 Tage passieren. Das ist die Frist, die die Gerichte verhängen in der Ukraine für die Auslieferungshaft. Wie geht es dann mit ihm weiter, sofern er nach Österreich kommt? Was ist da abzusehen? Das Wiener Straflandesgericht wird den Prozess terminieren und wird ihn wegen schweren sexuellen Missbrauchs unmündiger vor Gericht stellen. Du bleibst für uns auf jeden Fall dran. Vielen lieben Dank für deine Expertise und damit zurück in den Newsroom.